Hätte ich nur die Mittel, um in den Wettkampf einzusteigen? Meine innere Stimme sagt Sieg voraus, sodass ich sicher bin, zu Sieg. Dann ist hier der deutsche Pfalzgraf. Der kann nichts als grießgrämig sein. Sag mal, Portia, erinnerst du dich noch, es war, als dein Vater noch lebte an diesen hübschen Milizianer? Ja, das soll was sein. Signor Antonio, das letzte Mal bespuckten Sie mich gestern. Sie traten mich, nannten mich einen Mund. Und als Dank dafür würde ich Ihnen heute gerne 3000 Dukaten leihen, ganz unnützig. Und ich bin kurz davor, dich wieder so zu nennen, dich zu treten und dich anzuspucken. Wir sind nicht, Freund, du verleistest deinem Feind das Geld mit Zins und Zinseszins. Dann kannst du sehr viel besser den Schuldendienst vollstrecken, zahlt er es nicht zurück. Lassen Sie es uns als Sicherheit vereinbaren. Ein Pfund Fleisch, von Ihrem edlen Leib, von einem Tauperteil, der mir gefällt. So machen wir es. Ich unterschreibe das. Und werde sagen, der Jude hat Fantasie. Die Jude hat mir auf Okay, haben wir ihn auf. Okay, da? Okay. Ein Pfund сказать. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020